Dann machen wir jetzt mal eine kurze PvP-Session, da das Turnier ja noch läuft. So. Elf Tage gibt es nämlich noch. Und wir sind immer noch in der Silberliga. So, damit die beiden hier auch jetzt mal voll werden. Nein. So. Frauenpower pur. Was kommt denn da? Oh. Ich ahne es. Agentryoma. Wer ist das denn nochmal? Sif. Haben wir auch schon mal, glaube ich, gehabt. Glaube ich. Also ich tippe mal, dass Iron Man und Dr. Strange unsere Gegner sind. Ist so meine Vermutung. Wir sind auf dem gleichen Rang. Ach, bin ich gut, ey. Okay. Oh mein Gott. Wenn wir das schaffen sollten. Autsch. Ach, weicht doch nicht immer aus. Geht ja schon wieder gut los. Aua. Toll. Jetzt werde ich wieder angeschrieben. MTS. so. Dr. Strange werden wir wohl, glaube ich, wenn ich mich ganz toll schon noch schaffen. Glaube ich, aber ich sag lieber nix Ja Ja, ja, ja Nee War für ein geiles Teil Stark Industries Beschleuniger Auch nicht schlecht Warum darf der nochmal Oh, nee Jawohl Ah, immerhin Ein Teilerfolg Oh, ich leb noch, nicht mehr Oh, Black Widow gegen alle Aua Ach, nö Autsch Ja, jetzt bin ich tot Hab verloren, hab verloren Ja, brauchst du gar nicht machen So Okay Black Widow Wir müssen mal Hawkei nehmen Hoffentlich zählt das als dreimal einsetzen So Ach, die Fackel Oh, nee Oh, ich krieg die Krise Die ist sowieso dabei Und wahrscheinlich dann auch hier Die unsichtbare Nee, Miss Marvel Na, die Fackel muss weg Ganz dringend Schön ausgewichen Ah, nee Nee Ah, nee Oh, man Feichling So, komm Jawohl Da scheiße ich jetzt drauf Autsch Ah, She-Hulk ist weg Damit die Schmieden schon mal nicht mehr auf den Sack geht Ja, das war so klar Ich muss zusehen, dass die Fackel im Arsch geht 22 noch Jawohl Die ist weg Oh, das ist gar nicht gut Okay 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 Das wird eine ganz enge Kiste Komm Komm 29 noch Nein Nein Ich bin Ah, das war so knapp Ey Ach, Scheiße Dritter Kampf Dritter Kampf BRh23 Äh, die haben wir auch Ja Oh oh Das hätte ich lassen sollen Scheiße Erstmal ungeschützt machen Am besten Geht doch Was dauert er denn so lange Hallo Lass mich doch in Ruhe Oh scheiße D-A-R-S Unterdrücker Ach toll Ja ganz toll Ist eh egal Was ich jetzt mach Es steht gleich 3 zu 0 Es steht 3 zu 0 Und wieder die Fackel Oh Mann Ach das ballert jetzt wieder schön Ja 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 Nee Ja das war klar Toll Jetzt sind sie auch noch stärker Du brauchst jetzt auch nur noch Scheiße Jetzt kommt wieder alles auf einmal Ja Alter Alter Ey Jetzt reicht's Immer den Spassi da weggehauen ey Ja Ja Es ist so unfair Oh Oh So 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 Tollerei Hau ich den jetzt hier noch mal ein paar Mal Nur damit ich jetzt sterbe Oh 4 zu 0 Die PvP Saison hätte ich mir auch sparen können Session Saison Session Toll Ich sag gar nichts Iron Man und Cyclops Ich hab mir das Ja Mann 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 Mann, 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 ey. Ich bin irgendwie gefrustet. Ich kann nichts mehr sagen. Ich bin so gefrustet, ey. Gedacht, das wird voll geil. Und das ist... Warum lebst du noch? Immerhin sieht es nach einem persönlichen Abschluss aus. Weil... Das tue ich mir heute nicht noch länger an, ey. Nee, das ist ja... Oh, Mann. Ja, das sehe ich doch gerne. So. Toll. Ja, ich hoffe, ihr hattet es genossen. Ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Marvel Avengers Alliance. Und ich bin raus, euer Mucke.